Hallo Teufel mit Moran Magal heute hier beim Videodreh. Hi Leute, wir haben eine Menge Spaß? Moran? Ja, wir haben. Hast du Spaß? Du hast schon Jazz gemacht aus dem Super Song. Ja, Quatsch. Ich mag das ja. Man kann tausend Varianten von einem Stück spielen und wir machen heute bis zum Meer die Klaviervariante. Wahrscheinlich werden wir es irgendwann mal live zusammen spielen, denke ich. Ja, bitte. Das wäre toll, oder? Ja, sehr toll. Wir haben extra ein paar romantische Kerzen angezündet, kann man hier sehen. Supi, das wird geil.